O Mundo Napanela, liebe Grüße aus Brasilien. Richtig erkannt, heute gibt es mal einen Wein. Aber natürlich nicht irgendeinen, sondern einen Cabernet Sauvignon Paradoxo, Jahrgang 2011 vom Weingut Sauton. So, ich mach den jetzt mal auf. Der Korken ist oben sauber, keine Anzeichen für Schimmel oder das Wein ausgelaufen wäre. Dies könnten Anzeichen für eine schlechte Lagerung sein. Entsprechend der Qualität des Weins hat der Hersteller hier ein Naturkorken verwendet. Vorne hat er sich schön vollgesogen. Dieser Wein wurde offensichtlich immer fachgerecht gelagert. Der Korken riecht schön konzentriert, Cabernet Sauvignon typisch. Die Farbe des Weins würde ich als purpurrot bis braunrot beschreiben. Das passt auch zum Jahrgang 2011. Denn mittlerweile ist der Wein schon fast sechs Jahre gereift. Er ist leicht trüb mit purpuren Reflexen. Wenn ihr Wein probiert, dann als erstes immer nur vorsichtig dran schnuppern. Danach den Wein im Glas schwenken und nochmal dran schnuppern. So könnt ihr feststellen, ob sich die Aromen nach dem Schwenken noch positiv verändern bzw. verstärken. Ist dies der Fall, so ist es ein Zeichen von guter Qualität. Anschließend nimmt man einen Schluck, umspült die Zunge und lässt etwas Luft in den Mund. In etwa so. Denn schmecken tun wir über die Nase, nicht mit dem Mund. Der Wein ist sauber, hat einen mittleren bis vollen Körper. Er ist schön würzig, mit leichter Eichennote. Er wurde also im Berikfass ausgebaut. Hier übrigens sechs Monate in amerikanischer Eiche. Ich rieche und ich schmecke Pfeffer, schwarze Johannisbeeren, Lakritz, Kaffee, Röstaromen, amerikanische Eiche, Granberry, getrocknete Pflaumen und nur ganz leicht etwas grüne Paprika. Typisch für Cabernet Sauvignon hatte er ausgeprägte Tannine, die aber wunderbar durch die lange Lagerung abgeschliffen wurden. Ein wirklich herrliches Mundgefühl. Der Paradoxo ist bereits vollentwickelt. Das heißt, bitte nicht warten, sondern wirklich bald trinken. Ich kann den Wein nur wärmstens empfehlen. Der Spruch auf dem Etikett macht durchaus Sinn, jedenfalls so wie ich ihn verstanden habe, denn bei einer Blindverkostung hätte ich ihn niemals mit Brasilien in Verbindung gebracht. Preislich liegt er umgerechnet bei etwa 10 Euro. Ein absolut fairer Preis, wie ich finde. Kaufen könnt ihr den Wein aktuell aber nur in Brasilien. Also ab in den Urlaub. Ich wünsche euch viel Spaß beim Probieren. Den Link zu meiner Homepage mit weiteren Infos findet ihr hier unten. Ihr könnt meinen Kanal gerne abonnieren. Ich würde mich freuen. Auf euer Wohl und liebe Grüße aus Brasilien von Omundo Napanela.